Die Südtüller Freiheit gibt es jetzt seit zwölf Jahren und wir haben dieses Datum, diesen Geburtstag zum Anlass genommen, zurückzuschauen auf unsere Mitgliederstatistik, wie sich die Mitglieder in den letzten Jahren entwickelt haben. Wir als Südtüller Freiheit waren in den letzten Jahren ja relativ erfolgsverwöhnt. Wir konnten bei jeder Wahl zulegen, außer bei der letzten Landtagswahl, wo wir leider einen Dämpfer erfahren haben. Aber dieser Dämpfer hat sich in keiner Weise auf die Motivation und auf die Zahl unserer Mitglieder niedergeschlagen. Ganz im Gegenteil, die Südtüller Freiheit zählt zurzeit fast 4.500 Mitglieder. Wir konnten im letzten Jahr über 220 neue Mitglieder dazugewinnen. Das heißt, an fast jedem Werktag ist ein neues Mitglied der Südtüller Freiheit beigetreten und wir sind nach wie vor eine sehr junge Bewegung. Unser Durchschnittsalter beträgt nur 42 Jahre und fast die Hälfte, über 40 Prozent unserer Mitglieder, ist noch nicht 30 Jahre alt. Ich denke, dass Werte wie Patriotismus, Heimat, Identität, vor allem bei den jungen Menschen, noch sehr gut ankommen und die Südtüller Freiheit ist hier einfach die erste Adresse dafür. Ich denke, dass Werte wie Patriotismus, Heimat, und ich denke, dass Werte wie Patriotismus, Heimat,